So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Wir haben wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Ich finde das so genial. Ich habe eben noch den Chill mit Ramses Livestream übertragen. Ich möchte ein Video für Dienstag jetzt aufnehmen. Deswegen ist es jetzt nach 0 Uhr. Das passt sogar. Und ich werde das nicht jetzt nachmittags raushauen, sondern direkt jetzt. Das beste Feature in Pokémon GO kommt. Ihr werdet es nicht glauben. Ihr seid ja alle Fans von diesen Stickern in Pokémon GO. Kein Event darf kommen, ohne dass da neue Sticker dabei sind. Die Leute rasten komplett aus. Sticker hier, Sticker da. Oh mein Gott, ihr müsst Geschenke verteilen und packt da Sticker ran, um eure Freunde zu überraschen. Ihr könnt Sticker im Shop kaufen. Die Sticker haben auf jeden Fall die Pokémon-Welt nachhaltig verändert. Aber jetzt das Beste, ne? Vergesst die Sticker. Vergesst alles. Vergesst einfach euch selbst. Wir stellen vor, das Postkartenbuch. Postkartenbuch. Ich glaube, mein Schwein pfeift, ne? Vielleicht ist es auch was anderes. Wir stellen vor, das Postkartenbuch. Postkartenbuch. Ihr braucht das unbedingt. Denkt nicht, dass ihr das nicht braucht. Ihr braucht das. Das ist das Postkartenbuch. Guckt euch das doch mal an. Trainer. Wo ist denn die Maus? Die Maus ist so begeistert davon. Weil das Schwein gepfiffen hat, ist die Maus gleich weggerannt. Also, was ist das denn hier? So, hier. So habe ich das. Ich komme nicht mehr klar. Das Postkartenbuch. Trainer ist Freundschaft nicht das schönste Geschenk überhaupt. Das finden wir jedenfalls. Deshalb könnt ihr bald die Erinnerung an die Geschenke von euren Freunden festhalten. Pünktlich zur Weihnachtszeit stellen wir euch das neue Postkartenbuch vor. Wenn ein anderer Trainer euch ein Geschenk schickt, ist immer auch eine Postkarte von dem Pokestop dabei, an dem er es erhalten hat. Wolltet ihr auch schon immer Erinnerungen an die Orte aufbewahren, die ihr oder eure Freunde besucht habt? Bald ist das möglich, denn dann könnt ihr Postkarten in euer Postkartenbuch einheften. Ihr könnt also gezielt Spoofer sammeln. Und dann das Postkartenbuch ins vollständige ist, an der Yentik schicken und sagen, guck mal, der hat mir ein Geschenk aus New York geschickt. Ich weiß, dass der Deutscher ist. Macht mal was dagegen. Also, nein, man soll das natürlich nicht für böse Dinge nutzen oder irgendwas. Oder ich will ihnen nicht irgendwas unterstellen. Ich finde das sogar eigentlich trotzdem ein ganz cooles Feature. Man hat ja oft irgendwo Leute, die dir ein Geschenk schicken von einem Pokestop. Und der Pokestop ist richtig genial. Sieht richtig cool aus. Es hat einen richtig coolen Namen. Und man denkt, ahaha, hast du den Stop gesehen? Ahaha. Nach dem Öffnen ist das halt weg. Und das war es einfach. Aber jetzt, wenn du halt wirklich einen richtig coolen Pokestop hast, einen richtig coolen Namen oder ein richtig cooles Bild, kannst du das einfach jetzt dir in dein Postkartenbuch reinkleben. Dann siehst du auch, von wem das ist. Derjenige kann das aber auch abstellen, dass man nichts sieht, von wem das ist. Also, in deinem Postkartenbuch erscheint nicht der Name. Nur halt das Bild oder es erscheint der Name, von wem es ist und das Bild. Das könnt ihr selber festlegen. Also, ihr müsst nicht euren Namen den anderen da unter die Nase reiben. Ich finde es, so lachhaft es erstmal klingt im ersten Moment, ich finde es trotzdem irgendwie ganz cool. Ja, dass ich wirklich von jedem Freund in meiner Liste sage, ich werde mir mal dein Homestop zu Hause einspeichern und wenn er mich löscht, dann komme ich vorbei und dann... Das Postkartenbuch wird zu Beginn der Pokémon-Feiertage eingeführt. Die Beginn der Feiertage sind ja am 16. Also am Donnerstag. Da starten die Go-Feiertage, also dieses Winter-Event, was auch in zwei Teile aufgeteilt ist. Und ab da gibt es das dann auch. Das passt also sehr gut, dass ich das jetzt am Dienstag mache, weil am Mittwoch ist wieder Raid am Mittwoch. Am Donnerstag ist der Community-Raid mit Kyurem. Also jetzt Postkartenbuch. Postkartenbuch aufrufen. Ihr könnt das Postkartenbuch über euren Itembeutel oder euer Trainerprofil aufrufen. Also ihr habt dann einen zusätzlichen Button hier für euer Postkartenbuch im Profil oder halt in eurem Itembag, das Postkartbuch, unter den Stickern, vor den Raidpassen, Postkarten einheften. Ihr könnt Postkarten von den Geschenken eurer Freunde einheften, indem ihr die Geschenke im Trainerprofil anseht und auf das Stecknadel-Symbol tippt. Ihr habt also hier... Ah, der hat was geschickt. Aha. Ich nehme dieses Geschenk. Ich will das jetzt mal öffnen. Aber bevor ihr es öffnet, seht ihr ja, wo das herkommt. Und anstatt zu öffnen, könnt ihr also hier auf diese Nadel klicken. Und dann habt ihr das in euer Buch eingespeichert. Ihr könnt auch die Postkarte eurer eigenen Geschenke einheften. Wählt dazu ein Geschenk aus eurem Itembeutel aus, dessen Postkarte ihr einheften möchtet. Also ihr drückt hier drauf in eure Geschenke. Ihr seht ja dann, welche Geschenke ihr alle auf der Hand habt. Komischerweise kann man Geschenke auch löschen. Warum sollte man das tun? Keine Ahnung. Drückt auf dieses Geschenk und drückt auf Save. Und dann ist das auch bei euch drin. Also das geht jetzt wohl halt dann nur über den Itembeutel. Also wenn ihr jetzt in eurer Freundesliste seid und Geschenke verschickt, könnt ihr nicht beim Verschicken dann noch saven. Wohl nur in dem Itembeutel. Guckt also immer mal nach. Oder na gut, wenn ihr unterwegs seid und ihr seht, ihr habt einen Stop gedreht. Ihr seht ja, welchen Stop ihr dreht und wie das Bild aussieht und feiert das Bild. Dann geht direkt danach in euren Beutel rein und speichert das ab mit dem Geschenk, was ihr da erhalten habt, wenn ihr eins erhalten habt. Postkarten ansehen. Ihr könnt eure Postkarten nach Empfangsdatum sortieren. Ihr könnt sie aber auch nach Absender sortieren. Tippt auf eine Postkarte in eurem Postkartenbuch, um das Empfangsdatum und den Absender anzuzeigen. Postkarten aus dem Postkartenbuch entfernen. Ihr könnt Postkarten aus eurem Postkartenbuch entfernen, indem ihr die entsprechende Postkarte auswählt, auf das Symbol unten rechts tippt und dann Löschen auswählt. Datenschutzeinstellungen anpassen. Ihr könnt den Einstellungen festlegen, ob euer Trainer Spitzname im Postkartenbuch angezeigt werden soll oder nicht. Ist ja sowieso. Guckt immer mal in die Einstellungen. Viele sagen auch, hä 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 hä. Wieso, wie kann er denn seine Pokémon ausstellen? Könnt ihr da machen? Hä 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 hä. Wieso kann ich dem keine Kampfanfrage schicken? Könnt ihr da machen? Hä 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 hä. Was ihr noch so alles immer sagt, ne? Nein, aber zum Beispiel dieses ähm 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 ähm. Irgendwas geht da noch. Ich hab's jetzt vergessen, genau. Und das war das Postkartenbuch. Ist das nicht ein tolles werbefreundliches Video? Äh äh ja. Hier steht im Prinzip, dass also die zuletzt gefangenen Pokémon ähm anzeigen. Ja, nein. Dann halt neu, dass eure Name auf der Postkarte steht. Dann, dass Freunde euch zu kämpfen einladen können. Also hier PvP-Zeugs. Steht auch hier da. Show Pokémon Ribbon. Das ist ja wahrscheinlich dann die äh Best-Buddy-Schleife, die angezeigt wird. Die könnt ihr auch abstellen. Worum auch immer verdient man sich hart, dann muss man die auch anzeigen. Aber ansonsten, weiß ich nicht. Ist das doch eigentlich ein nettes Feature, was bestimmt trotzdem viele Fans haben wird und freut gerade viele Sammler, wenn ihr viel unterwegs seid, wenn ihr viel reist, wenn ihr viele Orte besucht. Ihr geht jetzt in den Urlaub, ihr geht in die Türkei und dann klebt ihr das in euer Postkartenbuch. Ihr fliegt nach Spanien, tut das in euer Postkartenbuch. Nach Frankreich, tut ins Postkartenbuch rein. London, Ägypten, alles mögliche. Also egal, wo ihr hingeht. Ihr könnt jetzt einfach tolle Stops, tolle Sachen, tolle Erinnerungen festhalten. Es klingt einfach von Minute zu Minute immer besser. Je länger man darüber redet, desto besser klingt es einfach. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Und denkt dran, wenn ihr noch Mega-Energie für Mega-Stahlos braucht, dann schaut heute 18 Uhr vorbei. Da werden wir nämlich nochmal Mega-Stahlos hosten, bevor am Donnerstag dann mit den Go-Fire-Tagen, wenn das Winter-Event beginnt und das Postkartenbuch kommt, wieder andere Raid-Bosse reinkommen und wieder mit Kostümen auftreten in Raids, wie das Glaciola, was wir dann anbieten werden. Also, Postkartenbuch, habt ihr Bock? Ja oder nein? Wie findet ihr dieses Feature? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.